Wir spielen Postbote, hier bei Phoenix Wright Trials and Tribalations. Ja, wir sollen anscheinend in Ron Delight helfen, der sich für Mars de Mars ausgibt. Aber seine heiße Frau hier, die sehr kostspielig ist, hält das alles für Wahnvorstellungen. Und ich weiß selber langsam nicht mehr, was ich hier glauben soll. Aber der Ron sieht wirklich nicht wie ein Verbrecher aus, eher wie ein heftiger Milchboobie. Hm. Na gut, Milchboobie, ich hab einen Brief für dich. Einmal 5 Euro bitte. Der teuerste Brief der Welt. Ach ja, richtig. Hier, der ist von ihrer Frau. Oh, von D.E.Dissi, vielen Dank. Brief an Mars de Mars ausgehändigt. Eigentlich eher entrissen. Mein lieber Ronny, wie geht es dir? Mir geht es gut. Hm. Er umklammert diesen Brief so fest, dass gleich die Tinte rausgequetscht wird. Er sieht so glücklich aus. Sie sollten dem büßischen Meier auch einen Brief schreiben, Herr Nick. Hm. Ähm, Herr Anwalt? Ja? Dessi hat ihren Brief geschrieben. Bitte ihn, dein Anwalt zu sein. Hä? Äh, ähm, ich weiß, dass es sehr viel verlangt, aber... Würden Sie meinen Fall übernehmen? Der Prozess beginnt morgen. Hey, Moment mal. Er kann sie nicht vertreten. Warum nicht? Was soll das heißen, warum nicht? Wir sind die Opfer in diesem Fall, nicht wahr? Die Opfer von diesem DeMarsk? Tja, ja, aber er war es nicht. Zumindest Desirée zufolge. Sie sagte, armer Mann hat sich selbst eingeredet, dass er es war. Oder, Herr Nick? Jetzt komm aber! Sie lügt doch bestimmt, um ihren Ehemann zu schützen. Ja, das stimmt. Äh, eigentlich nicht. Das ist überaus schwer zu sagen. Oh nein, das ist ansteckend. Oh bitte, ich gebe Ihnen dafür auch einen Schatz Ihrer Wahl. Ähm, hm, was soll ich tun? Seinen Fall ablehnen und dieses LP beenden. Nee, Quatsch. Seinen Fall annehmen. Nun, Herr Delight, außerdem will ich einen Schatz haben. Hehehe. Ich denke, es wäre einen Versuch wert. Ich werde Sie verteidigen. Wirklich? Ganz im Ernst? Hey, was soll das, Nick? Er, er ist ein Dieb. Sie können ihm nicht trauen. Nun, er mag vielleicht ein Dieb sein. Aber ich denke, an dem Fall ist mehr dran, als man auf den ersten Blick vermutet mag. Hä, Nick? Ich habe mich in Ihnen getäuscht. Ich hätte Ihnen nicht vertrauen sollen. Pearls? Sie verteidigen den Kerl. Nach allem, was er der mystischen Maya angetan hat. Ich, ich, ich werde Ihnen niemals verzeihen. Niemals. Ha, 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 ha. Alter, geh wieder in den Kindergarten oder sowas. P-Pöli, warte. Das sieht nicht gut aus. Ich habe verkackt wieder als Vater. Ha, 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 ha. Ich, ich, ich gehe ihr nach. Außerdem will ich Benni nicht heulen hören. Na toll. Ähm, das tut mir leid. Ich wollte Ihnen wirklich keinen Ärger machen. Na ja, woher hätten Sie auch wissen sollen, dass sie so reagiert. Schätze, ich kann genauso gut gleich mit den Ermittlungen anfangen. Oh, Maya, wo ist Pearls? Sie sagte, sie geht zurück zur Kanzlei. Siehst du nachher bitte mal nach ihr? Und was ist mit dir? Findest du es okay, dass ich Herrn Delightsfall übernehme? Ja, geht schon in Ordnung, Nick. Ich glaube an dich. Hm. Ich glaube, ich muss weinen. So viele Gefühle. Ähm, ich, äh, ich weiß, dass sie viel zu tun haben mit Heulen und so. Ich, ich bin Ihnen wirklich dankbar. Okay, Nick. Machen wir uns an die Arbeit. Okay. Hm, dann schlage ich vor, gehen wir erstmal zur Anwaltskanzlei und heitern Pearls auf. 12. Oktober. Anwaltskanzlei. Wright und Partner. Ah, Herr Nick. Willkommen zurück. Oh, hallo, Pearls. Du bist auch wieder da, wie ich sehe. Ich, ähm, ich habe uns Erdbeerkuchen besorgt. Ich werde uns einen Tee dazu machen. Hey, äh, Pearls. Hm. Anscheinend nimmt sie sich das, was in der Strafanstalt passiert ist, sehr zu Herzen. Herr Nick, ich habe mich in Ihnen getäuscht. Ich hätte Ihnen nicht vertrauen sollen. Ich. Ich werde Ihnen niemals verzeihen. Niemals. Ja, als hätten wir das vor ein paar Minuten nicht selbst gesehen. Nochmal, ähm, eine Rückblende. Mystische Maya, der Tee ist fertig. Boah, das ging auch schnell, du. Oh, äh, Dankeschön. Na los, Herr Nick. Bitte nehmen Sie etwas von diesem Kuchen. Okay, danke. Hm, 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 hm. Ja, Dankeschön. Ähm, Pearls? Oh, äh, Verzeihung. Ich war gerade dabei, die Toilette zu putzen. Alter, ich zwinge ein kleines Kind dazu, Toilette zu putzen. Bin ich aber mies. Hey, ist schon okay, die habe ich doch erst heute Morgen geputzt. Zu spät. Das könnte die richtige Gelegenheit sein, um nach ihr zu fragen. Okay. Pearl. Ich habe Pearls vor einem Jahr kennengelernt. Das war, als der Mord in Kurain geschehen war. Ich weiß noch, was sie zu mir sagte, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Sie, sie sind Herr Nick, richtig? Sie sind, sie sind der besondere Jemand, der mystischen Maya. Ich habe jetzt versucht, irgendwie auch die Betonung, wie im letzten Let's Play-Teil, hier irgendwie hinzubekommen. Hoffentlich ist mir das gelungen. Hey, Maya, ich hatte immer gesagt, sie hätte das gesagt, weil sie klein war. Aber was? Pearls, ich glaube, sie hatte einen falschen Eindruck. Von dir und mir. Du weißt schon, Männlein, Weiblein und so. Hä? Äh, ich... Ähm, da gibt es etwas, was du verstehen musst. Was wäre das? Kommen jetzt etwa die schrecklichsten Geheimnisse von Maya? Ähm, es ist so eine Art Sitte in Kurain, sozusagen. Sitte? Aber zuerst mal will ich was von Maya erfahren. Pearl scheint dich sehr gern zu haben. Nun, ich bin eben ihre einzige Cousine. Und nun ja, wegen des Mordes im letzten Jahr sitzt Pearlis Mutter im... Ach ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. Pearls Mutter, Morgan Faye. Sie sitzt derzeit in Einzelhaft. Verstehst du? Ich bin zurzeit die einzige Familie, die Pearly noch hat. Allerdings sieht es bei mir auch nicht anders aus. Maya. Meine Mutter ist auch verschwunden. Kurainer Sitte. In Kurain gibt es kaum Männer. Wo du es jetzt erwähnst, ich habe dort eigentlich nie Männer gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir vor langer Zeit davon erzählt habe, dass spirituelle Kräfte in der Familie Faye stark verwurzelt sind. Ja, das hörst du. Und aus diesem Grund machst du eine Ausbildung zum Medium, oder? Ja, die Sache ist nur, dass ausschließlich Frauen diese spirituelle Kraft erben. Deshalb dreht sich die gesamte Kultur in Kurain um die Frauen dort. Nun, das ist verständlich. Gar kein Problem. Ja, aber deswegen gibt es dort viele gescheiterte Ehen. Oh. Nun, die Männer fühlen sich meist nach einer Weile vernachlässigt und gehen fort. Besonders dann, wenn der Mann eine Tochter hat. Willst du damit sagen, dass Pearls Vater... Er ist weg. Er hat das Dorf verlassen, als sie noch ganz klein war. Junge, das ist hart. Ja, und sie hat in ihrer Kindheit nichts anderes als unglückliche Ehen gesehen. Deshalb ist sie so sensibel bei solchen Dingen. Majas Mutter. Deine Mutter ist also immer noch verschwunden? Ja, und keiner hat eine Ahnung, wo sie ist. Majas Mutter, Misty Faye. Die aktuelle Meisterin der Kurainer Beschwörungstechnik. Sie ist vor 17 Jahren verschwunden, nachdem sie in einen Fall verwickelt war. Hm. Aber du bist ja sicher, dass sie noch lebt, richtig? Ja, das weiß ich. Als Medium weiß ich das. Und wenn deine Mutter nicht zurückkehrt, was ist dann? Dann werde ich laut den Gesetzen des Dorfes die nächste Meisterin. Mystische Maja, Meisterin der Kurainer Technik. Klingt nach großer Verantwortung. Ja, aber es gibt niemanden sonst in der Hauptfamilie Faye, der ein Medium ist. Nun, Nick, warum beginnen wir nicht mit unseren Nachforschungen? Wir werden kaum etwas in Erfahrung bringen, wenn wir nur im Büro herumsitzen. Ja, ich weiß schon, aber selbst möchte ich mit Pearls sprechen. Ähm, Herr Nick? Ja, der Pedobear hat immer ein Ohr für dich. Ich, ähm, ich habe mich wie ein Baby benommen. Pearls. Ich habe an ihnen gezweifelt, obwohl die mystische Maja ihnen voll vertraut hat. Ich glaube, ich muss noch viel lernen. Herr Nick? Ja? Ich, ich entschuldige mich von ganzem Herzen für das, was ich gesagt habe. Ach, ist schon in Ordnung. Ich bin derjenige, der sich entschuldigen sollte. Nun, ich werde jetzt ein wenig alleine losziehen. Hä? Wohin willst du denn? Alleine? Als kleines Kind? Ich bin vielleicht klein, aber ich besitze reichlich Geisterbeschwörungskraft. Darum werde ich ihnen zeigen, dass ich auch nützlich bin, indem ich Beweise finde. Okay. Hey, Moment mal. Brrrr, die rennt ja richtig schnell. Nick, wir sollten ihr etwas Spielraum geben. Okay. Ja. Aha, Spielraum. Na gut, dann hauen wir mal ab und stellen Nachforschungen an. Und ich denke, wir gehen zur Dedektei at me. Zu unserem Pinocchio. 12. Oktober. Dedektei at me. Das ist eine Dedektei? Sieht eher wie das Set von einem zweitklassigen Horrorfilm aus. Hallo? Ist jemand hier? Hm. Scheint niemand zu Hause zu sein. Hm. Was für eine Zeitverschwendung. Hey, ich hab's. Lass uns dieses Bild als Andenken mitnehmen. Wag es ja nicht, Maya. Wir müssen wohl später nochmal versuchen. Hm. Gut. Dann halt nicht. Wo könnten wir denn sonst hingehen? Hm. Hauptausstellungshalle. 12. Oktober. Lord Lee Taylor. Hauptausstellungshalle. M-Maya. Oh, Frau Andrews. Es tut mir so leid. Es ist meine Schuld. Ihre wertvolle Urne. Ihre wertvolle Urne. Bitte, beruhigen Sie sich. Was ist los? Es hört nie auf. Alles geht schief. Was immer ich auch anfasse. Maya, es tut mir leid. Ich mach es wieder gut. Versprochen. Nein. Ist schon gut. Man sieht's mir nicht an. Aber ich habe geschickte Hände. Ich mach eine neue Urne. Moment mal. Warten Sie, okay? Beruhigen Sie sich erstmal und dann reden Sie mit uns. Verzeihen Sie mir. Verzeihen Sie mir. Oh Mann, ist sie down. The Mask Visitenkarte. Ähm. Wann haben Sie denn die Visitenkarte von Mask The Mask erhalten? Also, das war vor genau zehn Tagen. Ich wollte Sie der Polizei zeigen, aber dann hat mich dieser Detektiv aufgehalten. Ähm. Sie haben Detektiv Edmi also gebeten, bei der Überwachung zu helfen? Ja, ich habe ihn vor etwa 20 Tagen engagiert. Er schien weit mehr, als die Polizei über Mask The Mask zu wissen. Sie haben ihn also für die Überwachung engagiert, bevor die Visitenkarte ankam? Nun, ja, ich hatte so eine Vorahnung, dass etwas Schlimmes passieren würde. Ich habe gelernt, auf mein Gefühl zu hören. Darum sind Sie also überall Überwachungskameras? Selbst im Kellerlager? Ja. Ja. Rolfi Taylor legt großen Wert auf Sicherheitsmaßnahmen. Das ist Ihre Methode, möglichen Diemen zu sagen, versucht's doch. Tja. Er hat es letzte Nacht versucht und ein nettes Souvenir mitgenommen. Badum, tsch. Die Sicherheit. Ähm, können Sie uns etwas über die Sicherheitsvorkehrungen der Schatzausstellung sagen? Es ist alles meine Schuld. Ich hätte diese Ausstellung nie Schatzausstellung nennen dürfen. Warum sagen Sie das? Die gestohlene Urne ist ziemlich wichtig. Vielleicht, aber Ihr wahrer Wert nach Schätzung war praktisch null. Null? Ich habe sie so lange poliert, bis sie fast geleuchtet hat. Ich habe gedacht, dass sie dann vielleicht wertvoll aussieht. Aber die Urne enthält die Seele der mystischen Amy. Jedenfalls habe ich sämtliche Sicherheitsfragen an den Detektiv Edmy übertragen. Aber... Vor fünf Tagen kam eine Reihe von Ausstellungsstücken aus Kurall. Da sind viele Leute im Lager ein- und ausgegangen. Dann war einer darunter vielleicht Master Maße in Verkleidung? Nein, ich habe jenen, der hier durchgekommen ist, persönlich überprüft. Das ist unmöglich. Wie ich Adrian kenne, hat sie sogar geprüft, was sie zum Frühstück gegessen haben. Okay, was könnten wir ihr denn so präsentieren? Der Mars Visitenkarte vielleicht. Ähm, Frau Andrews? Ich weiß, ich weiß, es ist alles meine Schuld. Aber es ist nun mal passiert. Ich mache Ihnen eine neue Urne. Es hat keinen Sinn. Ich verschwende nur meine Zeit. Und die Urne? Nein. Hm. Kameradaten? Nein. Ich glaube, die ist völlig hinüber im Moment. Über Mars de Mars möchte sie auch nicht reden. Und über diesen Look at me? Nein. Die ist vollkommen hinüber, Leute. What the fuck? Ich habe ein Profil von mir selbst endlich mal? Wow. Phoenix Wright, Alter 26. Geschlecht männlich. Das bin ich. Was gibt es mehr zu sagen? Mein drittes Jahr als junger, aber guter Anwalt. Alle Leute kennen Phoenix Wright. Das bin ich. Ach ja. Was habe ich denn für Stiche im Moment? Hm. Gut, gehen wir mal in den Kellerlager. Hier ist aber nichts Neues. Hm. Nichts Neues, ja? Was mache ich dann? Delektar at me? Ach, jetzt passiert wieder was. Ja, okay. Ich hoffe, es passiert irgendetwas. Aber ob da irgendwas passieren wird? Oder ob es nur wieder ein Blindgänger ist? Das sehen wir im nächsten Part. Fieser Schnitt Attack.